wir sollen heute zum tempel der reinheit der ist hier drüben okay also hier jetzt hoch moment ich habe auch mal hier bei den grafikeinstellungen auf 7 gestellt auch wenn wir die ganze zeit mit zehn gespielt hatten weil der pc hat dann doch ist dann etwas lauter geworden etwas heißer deswegen habe ich gedacht kommt stellt sie wieder auf 7 runter das passt eigentlich von der qualität her so hallo ein tempel in not hilft den jüngern im tempel der reinheit hier und unser neuer aspirant werde den jüngern helfen ja aufgestiegen ja aufgestiegen so wir sollen fotima helene und lykaste helfen und die sind eine da vorne okay da auf der anderen seite des tempels ist das paragon was wollte das hier warten auf die riten was war denn das eben wer fällt er holt sich im tempel der loyalität bis er auf den pfad zurückkehren kann die nahende stunde der offenbarung inspiriert elf verwundbare aspiranten endlich zu handeln ich diese aspiranten könnten ein paar aufmunternde worte gebrauchen okay normalen es gibt keine hoffnung mehr ja eure welt endet wir stehen das gemeinsam durch ich bin sicher diese dürfe wird enden irgendwann ja eure welt enden gibt es keine hoffnung mehr stürzt nein wie peinlich manifestierter kummer manifestierter einsamkeit muss aber nicht bei jedem der elf das jetzt drücken oder die kill ich hoffe mal nicht ihr habt wahrscheinlich recht gibt einfach auf jeder hier steht dass er wie ihr werdet es schaffen ihr schafft dass ich glaube an warum muss ich das tun sehr schön und du ich kann nicht ohne anima sitzt mir fest wir stehen das gemeinsam durch machen ach der erste hat auch gezählt okay weil wir haben jetzt drei stück beim erst drei stück angesprochen so hallo ich weiß nicht was ich tun soll wir stehen dass ich das gemeinsam durch da hinten ja ich will aber erst mal hier hoch weil da oben ist ja die eine der wir helfen sollen oder eine von denen die wir hätten wir helfen sollen hallo hallo ich helfe euch bei was denn bei was denn nur und und also das ist die akku lüten und was steht da ihre bürde offenbart sich um wie bei so vielen ist es eine erinnerung an jemanden den sie zur lebzeit nicht retten konnte beseitigt diesen überrest damit sie geläutert werden kann es ist vollbracht ich danke euch bitteschön war mir eine ehre das ist alles ein teil ihr werdet euch wieder erholen vertraut auf das was ihr gelernt habt es hat euch bisher immer gute dienste geleistet richtig was denken diese aufgestiegenen wer sie sind ich spüre vertraut auf das was ihr gelernt habe ich kann das nicht ich kann das nicht und du stehst die ganze zeit nur sinnlos rum schlimm es ist das die ganze zeit was hier bei uns explodiert sehen impulsion jedenfalls besser als meine letzte läuterung okay ich weiß nicht was ich tun soll ich muss nachdenken alles tut weh alter was waren das eben für schaden den wir da gemacht haben ich muss hier raus gibt es keine hoffnung ihr schafft das ich glaube an euch echt jetzt ja das kann nicht richtig sein was denn darf nicht vergessen alter das geht mir so auf den senkel ok da vorne ist noch einer der wir helfen sollen wir stehen das gemeinsam durch und was ist wenn ich jetzt hier dran stehe innerer friede mana und gesundheitsregeneration durch heute räucherwerk aus dem leutenden räuchergefäß deutlich erhöht ok heißt wenn wir wenig leben haben einfach zu so einem ding hinstellen die taten eilen euch voraus echt jetzt und nur also glocke schlagen angeln keine ahnung was er da macht und hier rumsitzen rumsitzen und nur entblößt eure seele für mich noch einer kämpfen noch mehr kämpfen und noch mehr kämpfen und da ein tauchen baby geh mal weg hallo du sollst da weg gehen hallo du sollst da weg gehen und da das ist aber süß das ist aber süß so noch mehr erkämpft die kontrolle zurück die Okay. Ach, er ist Galistus. Ah ja. Das bedeutet, jeder, der hier landet, im Endeffekt hat dieses Aussehen dann. Die sehen alle gleich aus. Also da ist es egal, ob Taure, Ork. Aber sie würde mich nicht mehr erkennen. Ich hoffe, wenn ich an der Reihe bin, läuft es besser. Ähm, also es ist egal, ob Taure, Ork, Untote, ja. Mensch, Nachtelf, die sehen alle gleich aus. Äh, ihr schafft das. Sehr schön. Haben wir auch gemacht. Und was wird hier für eine Glocke geschlagen? Der Mähe wird sich hervorbringen. Von ihr, Akolytin Erissner. Ach, du Kocke. Erzählt mir eure Sorgen. Aha. Das war ein... Also ich glaube ja auch nicht, dass unbedingt die... Äh... die brennende Legion hier landet, die landet dann eher im Schlund. Aber... das war doch eben einer von der brennenden Legion. Ach, er macht auch mal was. Okay. 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 Am Ende ihrer Prüfung hat sie den Kampf verloren. Viele sind gefallen. Der Tempel der Loyalität bemüht sich nach Kräften, sie wieder auf den Weg zu bringen. Gut, wir haben jetzt zwei Quests beendet. Können wir die beide hier abgeben? Mir scheint unser neuer Aspirant hat viel getan, euch zu stärken, Pelagos. Ja. Er hat mir zwar nicht viel geholfen, aber trotzdem. Der Tempel kann euch Frieden bringen, wenn ihr ihn lasst. So, beide beenden. Oh, wir sind Stufe 52. Geil. Ihr habt einen neuen Zauber erlernt. Gesang... Gedankenbesänftigung. Bitte was? Sufus the target reducing the range at which... It will attack you by 10 yards only effects humanoid and dragonkin targets. Does not cause freed last 20 seconds. Gedankenbesänftigung. Warum ist es denn hier in Englisch? Hä? Äh, Gedankenbesänftigung. Ja, dann wollen wir mal... Wo können wir melden? Hilfe. Kundensupport. Äh... Problem im Spiel. Problem... Feedback geben. Ne. Wie komme ich wieder zurück? Zurück. Technisches Problem. Äh... Ich glaube hier nicht. Ähm... Hilfe. Kann ich das hier? Technisch. Problem im Spiel. Quests und Erfolge. Ne. Ist nicht Quests und Erfolge. Äh... Auswahl ändern. Äh... Probleme mit einem Charakter. Was ist bei technisch? Ab... Abstürzer auch nicht. Äh... Probleme mit einem Charakter. Technisches Problem. Äh... Bug-Meldung. Einen Fehler melden. Im Spiel. Hä? Okay. Ach, jetzt geht hier mal im Webbrowser auf. Das will ich doch gar nicht. Funktion im Spiel. So. Einen Fehler melden. Bitte wählen. World of Warcraft. Sie möchten... Fehlermeldung im Spiel. So melden Sie einen Fehler. Öffnen Sie das Spielmenü. Und dort auf Hilfe. Klicken Sie Bug melden. Geben Sie Details des Fehlers ein. Und folgen dabei den dort angegebenen Richtlinien. Okay. Äh... Also. Hilfe. Bug melden. Bug melden. Wo ist denn Bug melden? Hier. Feedback abschicken. Fehler melden. Äh... Wie heißt das Ding? Scheiße vergessen. Ah, jetzt muss ich das wieder zumachen. Ach, hier kann ich... Gedanken... Ähm... Beim... Beim... Priester... Priester... Äh... Priester... von... 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 Dem... Zauber... Gedanken... 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 Äh... Senn... ja das reicht eigentlich senden zurück zur startzeit gut dann haben wir jetzt einen pack gemeldet ja hat jetzt einiges an zeit gedauert wir machen morgen weiter